Und weiter geht es. Jetzt geht es an den Doppelknoten. Ich gehe doch mal davon aus, dass du jetzt fleißig geübt hast, sowohl den rechten wie auch den linken Knoten, um dann weiterzukommen mit der Schiffchenarbeit. Wir gehen jetzt den nächsten Schritt und kümmern uns jetzt mal um den Doppelknoten. Wir haben ja hier schon so eine Parallele festgestellt zum Makramee. Nämlich, dass wenn ich nur rechte oder nur linken Knoten arbeite, dass das dann anfängt sich ineinander zu drehen. Der Unterschied zwischen Makramee und dieser Schiffchenarbeit liegt darin, dass du beim Makramee mit mehreren Fäden gleichzeitig arbeitest und auch gerade bei den etwas größeren Knoten in ermittelnden Faden zu laufen hast, um den der Knoten gebildet wird. Es gibt auch die Variante, wo man nur um einen Faden den Knoten dann bildet. Klar. Aber wenn man immer ein und dieselbe Art und Weise des Knotens benutzt, ist es in beiden Techniken so, dass sich dann das gebildete Knoten aneinandergereite in sich dreht. Entweder halt nach rechts oder nach links rumdreht. Um das zu vermeiden, gibt es in beiden Techniken halt den Doppelknoten. Da wird nämlich folgendes gemacht. Da wird nämlich, nachdem ich den einen Knoten gearbeitet habe, der andere Knoten gleich hinterher gearbeitet und das hebt auf Dauer dieses in sich drehen auf. Ja, also das gilt sowohl beim Makramee genauso wie hier auch beim Schiffchen. Da wir aber hier bei der Schiffchentechnik sind und nicht beim Makramee, nehme ich jetzt also wieder mein Schiffchen in die Hand. Da ist es. Und da ich die Formen hier ja schon zusammengezogen habe, wobei ich könnte sie ja jetzt auch nochmal auseinander nähen, dann müsste ich mir jetzt nur den Faden, den kleinen hier in der Mitte nehmen, den hier und hier zusehen, dass ich daran gezogen kriege. Dann kriege ich diesen Ring hier auch wieder auf. Aber will ich jetzt nicht. So, ordentlich festgezogen. Und dann ist das erstmal fertig. Ich nehme jetzt mir diesen Faden wieder, lege ihn mir wieder um die linke Hand, lege die Hekelnadel weg, damit sie mich nicht stört, weil noch brauche ich sie ja gar nicht. Genau so wie ich vorhin mit der beim rechten Knoten angefangen hatte, halte ich in dem Fall jetzt wieder den Anfang dieses Ringes mit Daumen und Zeigefinger fest. Spanne mit Mittelfinger, Ringfinger, Kleinfinger den Ring auf, sodass ich hier oben einen Faden habe, um den ich herum arbeiten kann. Wobei das nicht ganz stimmt, ich führe das Schiffchen zwar da lang, der Knoten an sich bildet sich jedoch mithilfe dieses Fadens. Nicht mit dem Faden des Schiffchens. Auf diesem Faden läuft der Knoten. Und weil der Knoten an sich mit diesem Faden gebildet wird, werden wir gleich mal darauf achten, wenn die Knoten sich bilden, aus dem Grund wird nämlich auch dieser Ring irgendwann etwas zu eng für die Anzahl der Doppelknoten, die ich dort arbeite. Aus dem Grund darf ich dann irgendwann hier halt ziehen, dass der Faden vom Schiffchen nachrutscht und ich dann wieder mehr Platz zum Arbeiten habe, zum Bilden der einzelnen Knoten. Aber legen wir los. Doppelknoten. Wir beginnen mit einem rechten Knoten. So und jetzt pass mal auf. Guck mal hier ganz genau hin. Noch ist der Knoten gebildet vom Faden, der auf dem Schiffchen ist. Wenn ich ihn jetzt hier rüberschiebe, dann springt da nämlich der Knoten und jetzt siehst du, ich denke das sieht man jetzt hier ganz gut, ne? Der Faden vom Schiffchen ist nicht mehr der Knoten, sondern der Knoten ist jetzt rüber gesprungen auf diesen Faden und den schiebe ich jetzt wieder nach links rüber und halte ihn hier drüben fest. Deswegen verschwindet nämlich hier irgendwann die Weite. Dadurch, dass es ja hier aber flexibel ist und ich ziehen kann, kann ich hier eben immer wieder Faden nachgeben, sodass ich so viele Knoten hier unterbringen kann, wie ich eben für dieses Spitzenteil, was ich gerade fertige, benötige. Rechte Knoten Nummer 1 ist gebildet. Ich habe gesagt, wir machen Doppelknoten. Doppelknoten bedeutet ein rechter, ein linker. So, fertig. Und jetzt zeige ich dir auch gleich mal. Guck mal. Sieht doch irgendwie ganz anders aus als nur rechts, nur links. Was ist jetzt hier anders? Du hast hier unten natürlich die Schlingen, die um diesen Faden laufen, sodass es hier eben auch darauf hin und her rutschen kann. Und der Knoten hier oben an sich, der bildet jetzt eine Brücke, sage ich mal, so nenne ich es jetzt mal, so ein Steg, so eine Brücke über beide Knoten. Über diese und über diesen. Und durch diese Art des Knotens, dadurch wird diese Drehung, die sich nach und nach beim Arbeiten nur von rechten oder nur von linken Knoten aufbaut, aufgehoben. Also, ein rechten Knoten, zack, ein linken Knoten, zack, ja, hier siehst du es. Und das kann ich jetzt hier x-beliebig weit fortführen. Ich mache mal noch ein paar Doppelknoten, dann siehst du nämlich, dass sich hier nichts dreht. Wenn du fleißig die rechten und die linken Knoten geübt hast, dann weißt du sehr wohl, wie die Linger sich ineinander verdrehen, wenn du nur rechte oder linke Knoten arbeitest. Muss man mal gucken, habe ich? Doch, habe ich. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich hier einen Doppelknoten gemacht habe oder doch nur einen rechten oder nur einen linken Knoten. Das geht natürlich auch jetzt. Also, ich kann ja auch jetzt einfach mal nur einen rechten und mag noch einen rechten dann nehmen. Das würde auch gehen. Da kannst du dann entsprechende Varianten reinbasteln. Jetzt nehme ich wieder einen linken, damit der mir gar nicht hier irgendwie in die Drehung reinhauen will. Aber damit kannst du dann eben auch gestalten. Also, du kannst so viele einzelne rechte oder linke Knoten eben auch bilden. Aber wenn du merkst, dass der anfängt, die Tendenz zu entwickeln, sich zu verdrehen und du das nicht willst, dann solltest du einen entsprechenden Gegenknoten bilden. Also, wenn du lauter linke Knoten gemacht hast, solltest du dann einen rechten Knoten machen. Wenn du lauter rechte Knoten gearbeitet hast, natürlich einen linken Knoten. Ich hatte dir gerade am Anfang des Videos auch gezeigt, dass der Knoten an sich ja nicht durch den Faden, der hier vom Schiff hin kommt, gebildet wird. Weil sonst könnte ich hier nicht dran ziehen, dann könnte ich hier nicht weitermachen und enger stellen. Sondern, dieser Faden oder dieser Knoten wird aus dem Faden, der hier als Schlinge rundherum liegt, gebildet. Deswegen wird es hier auch mit der Zeit enger. Also, wenn du wieder mehr Platz brauchst zum Arbeiten, einmal hier dran ziehen, sodass es hier für dich wieder angenehm ist zum Arbeiten. So, hier hatte ich jetzt so linke Knoten noch reingesetzt. Jetzt machen wir noch ein paar rechte, also einen rechten und dann wieder ein paar Doppelknoten. Dass das hier wieder beim Thema landet. Immerhin sind wir hier ja gerade beim Bilden von Doppelknoten und nicht beim Arbeiten von rechten oder von linken Knoten. Also als Einzelnes. So, Moment. Tja, jetzt verrat mir doch mal einer, warum die Kamera jetzt wieder so ein bisschen rumzieht und mal weiter, mal dichter zieht. Ich arbeite immer noch sehr weit unten auf dem Tisch. Bin nicht dichter gekommen. Hab ich extra drauf geachtet. Wunder man, ich verstehe manchmal. So. Siehst du? Jetzt haben wir hier lauter Doppelknoten. Außer hier in der Mitte, wo ich mal so ein bisschen rumgespielt habe, wo ich nur ein paar rechte und dann wieder ein paar linke gemacht habe. Aber hier hast du halt deine Doppelknoten. Was bei den Doppelknoten jetzt natürlich auch einfacher ist, sie durchzuzählen. Du kannst anhand dieser Brücken, die sich hier gebildet haben, die hier über zwei Knoten gehen, kannst du ganz einfach zählen, wie viele Doppelknoten du gemacht hast. Das sind jetzt eins, zwei, drei, naja, nicht wirklich, hier ist ein rechter dazwischen. Dann kommt hier ein Doppelknoten, dann kommen hier zwei linke. Genau. Und dann geht das hier wieder weiter mit Doppelknoten. Eins, zwei, drei, vier Doppelknoten, die ich gemacht habe. Aber egal, was auch immer, in dem Fall jetzt ich oder du hier auf diesem Ring geknotet hast, wenn es wieder alles ordentlich gelaufen ist, ziehst du jetzt am Faden deines Schiffchens und der Ring schließt sich. Ja, speziell wenn du mit einem Schiffchen arbeitest, spricht man zu 90% davon, dass Ringe gearbeitet werden, denn beim Zuziehen wird es zu 99,9% halt ein Ring. Oder aber du ziehst nur halb zu, lässt dir jetzt ein bisschen offen, dann hast du halt halb Ringe. So, kannst du auch so machen. Auch das funktioniert, auch das ist ein gestalterisches Element in einer Schiffchenspitze. Ja, das soll es jetzt zum Thema die Doppelknoten gewesen sein, meine Lieben. Wir sehen uns gleich im nächsten Video, wo es darum geht, diese Picots zu machen. Das sind diese kleinen Schlingen, die hier sind. Da werde ich dir erzählen, wie du diese gestaltest und wofür die gut sein werden in der Gestaltung einer Schiffchenspitze. Bis gleich! Bis gleich! Untertitelung des ZDF, 2020